hallo ihr lieben heute habe ich wieder ein oberleckeres partygeback rezept für euch mit ofen käse und schmand füllung aber diesmal habe ich den teig selber vorbereitet und zeige euch die zutaten dazu für den teig brauchen wir 600 gramm mehl 250 milliliter lauwarme milch ein ei ein halber würfel frische hefe ein esslöffel zucker und ein teelöffel salz außer salz und mehl habe ich alle zutaten in eine rührschüssel hinein gegeben zehn minuten gehen lassen anschließend habe ich das mehl und salz hinein gegeben und den teig vorbereitet erst habe ich den teig mit einem löffel vermischt und dann mit den händen geknetet abgedeckt eine stunde gehen lassen für die füllung brauchen wir wieder eine packung schmand ein bisschen schnittlauch oder laufzwiebeln 150 gramm geriebene käse frische petersilie und knoblauchwurst sucuk ich habe dann knoblauchwurst in ganz ganz kleine stücke geschnitten das ganze wird einfach miteinander vermischt und ihr könnt natürlich beliebig auch andere sachen hinein geben ich habe rote paprika klein geschnitten ihr könnt grüne oder gelbe paprika klein schneiden und hinein geben dann mit salz pfeffer und chile pulver abschmecken ich bereite diese füllung öfters und ich muss echt sagen das schmeckt richtig lecker ihr könnt auch statt schmand frischkäse nehmen mit frischkäse schmeckt das auch richtig lecker in der zwischenzeit ist der teig sehr schön gegangen den habe ich dann mit einem nudelholz rechteckig ausgerollt und die füllung darüber glatt gestrichen ich finde die füllung passte auch super zu dem ofenkäse ich habe den teig dann in die länge eingerollt ich habe ein ofenkäse genommen auf ein backblech gegeben auf rundes und mein gebäck dann drum herum jetzt schneide ich das gebäck mit einer schere ein das ist auch wirklich super einfach und sieht richtig lecker aus und die eingeschnittenen seiten die werden dann einfach einmal nach innen und einmal nach außen platziert so sieht das nach dem backen sehr gut aus auf dem blech habe ich das gebäck noch mal 15 minuten gehen lassen und anschließend mit eigelb bestrichen in ein eigelb habe ich zwei esslöffel milch hinein gegeben und reichlich sesam darüber bestreut und im vorgeheizten ofen bei 180 grad erst mal 30 minuten gebacken dann habe ich das rausgeholt den käse eingeschnitten und weitere zehn minuten gebacken es ist oberlecker geworden probiert das unbedingt aus das war es dann auch heute von mir wir sehen uns dann in einem neuen video wieder und sage tschüss